Stravau und herzlich willkommen bei den einzigen Lektionen der Tageskurs Servo Kroatisch für deutsche C1 Biker. Lektion 1 und eigentlich auch gleich die letzte Lektion, nur für den Cyberman. Brissac, ich wiederhole, Brissac, die Scheibenwischer. Und das war's für den ganzen Tageskurs Servo Kroatisch für deutsche C1 Biker, mehr spezifisch für Cyberman. Bravo! Brissac, ich wiederhole, Brissac.